Das Konzept dann in dem Moment, wo man diese Idee, die man da aufgebaut hat, auf dem Vorblicken und so komplett verlässt, das ist wahnsinnig spannend. Für mich ist das das Spannendste. Da tut sich dann oft etwas auf und ich atme durch, weil irgendwie habe ich etwas verwirklichen können für einen kurzen Moment.